Servus, ich bin der Simon Gegenheimer und ich bin Marien Frommberger. Wir sind beide Fahrer des Mountainbike Racing Team. Ich bin seit zehn Jahren Profi und ich fahre seit 2019 als Profi. Und beide haben wir schon im Weltcup gewonnen, aber heute machen wir eine neue Tour mit euch nach Kitzbühel. Und wie ist es eigentlich bei euch? Seid ihr auch viel auf dem Bike unterwegs? Würde uns riesig freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wo ihr überall unterwegs seid. So, jetzt sind wir in Kitzbühel ankommen, fahren gerade durch den Legendenpark und ja, ich sehe gerade überall kleine Statuen und Erinnerungen an die ganzen Weltcup-Sieger von der Straße. So, und jetzt geht's hoch, Kilometer rauf, strampeln. Während wir euch die Gegend hier rund um Kitzbühel zeigen, hat der Basti, der heute mit uns unterwegs ist, sich ein paar Fragen ausgedacht. Genau, drei Stück sind es. Bereit für die erste Frage? Klar. Okay, die erste Frage ist, was war bis jetzt der schönste Ort, an dem ihr an einem Mountainbike-Rennen teilgenommen habt? Puh, ist ganz einfach. Über die Jahre hinweg zum Beispiel, den ganzen Globus bereist. Egal ob Südafrika, Krüger Nationalpark, New York oder Kerns in Australien. Überall war es eigentlich traumhaft und wunderschön auch zum Biken. Letzte Woche bei der Xtreme Bike Challenge haben wir gemerkt, dass es hier auch richtig, richtig schön ist. In Österreich und Süddeutschland kann man schon auch viel Spaß beim Biken haben. Ja, es ist echt immer genial, auch nach dem ganzen Reisestress wieder daheim anzukommen und einfach mal alleine die Natur zu genießen. Und dann ist es egal, ob schnell oder langsam, E-Bike oder normales Biken. Einfach raus und Spaß haben. Mega. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Jo, raus und raus. Okay. Was war bis jetzt einer der schlimmsten Momente in eurer Karriere? Da gibt es ganz viele. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch gar nicht von den Amanteuren. Schlechte Momente gibt es immer, egal ob die Flasche leer geht, die Beine müde werden. Bei uns tritt es vielleicht später ein, aber wir plagen uns genauso. Aber die schlimmsten Momente an einem Rennen, wenn es nicht so läuft wie man mag, wie man geplant hätte. Und bei mir war zum Beispiel der schlimmste Moment letztes Jahr bei der WM. Da ist mir leider die Kette gerissen am Start. Aber es geht weiter und man schaut nach vorne. Genau. Das motiviert für die nächsten Rennen. Und in diesem Sinne, weiter geht's. Weiter geht's. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ganz oben. Kitzhühler Harnkamp. Wie ihr seht, hier geht's ganz schön steil runter. Die legendäre Streif. Und wenn ich so runter schaue, erinnere ich mich auch an 2012. Da sind wir damals die Marathon-WM hochgefahren. Ganz schön hartes Ding. Aber hat Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Thema Rennen. Ein guter Stichpunkt für die dritte Frage. Was war denn der emotionalste, der beste Moment in eurer Mountainbike-Karriere? Also mein emotionalste Moment war eigentlich letztes Jahr beim Weltcup in Barcelona. Beim ersten Weltcup-Sieg. Das war ein Gänsehaut-Moment. Das war ziemlich cool und sehr emotional. Ja, von den emotionalen habe ich zwei. Dazu zählt auf einmal zum ersten der deutsche Meistertitel. Mein allererster. Ich denke, der wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Und der andere ist eigentlich der Gesamt-Weltcup-Sieg. Das spiegelt so eine ganze Saison in die Vida. Da muss man einfach ein ganzes Jahr lang schnell Rad fahren und das ist mir auch wichtig. Aber genug von den Rennen. Jetzt geht's den Harnkamp-Trail runter. Wir stärken uns noch kurz und auf dem Weg bergab. Erzählen wir euch ein bisschen die Details von dem Trail. Jetzt noch ein paar grundlegende Informationen zur gesamten Tour. Insgesamt sind wir ca. 40 Kilometer mit 1000 Höhenmeter gefahren. Der Harnkamp-Trail, auf dem wir uns gerade befinden, hat den Schwierigkeitsgrad S1. Das bedeutet, er ist wirklich für jedermann geeignet. Und tatsächlich haben wir dort auch Mutter mit Kind sowie sehr gute Mountainbiker getroffen. Der Trail ist 7,2 Kilometer lang. Startpunkt des Trails ist die Bergstation Harnkamp und das Ende an der Mockingstube. Über den gesamten Trail überbrücken wir 850 Höhenmeter sowie kleine Steine, ein paar Wellen und Anliegerkurven. So, die Bikes sind wieder sauber. Radpflege ist nämlich sehr wichtig. Genau, und das war's auch schon von unserer Biketour. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen. Und schaut doch gerne auf dem Kanal von Explorer vorbei, da gibt es noch einiges zu sehen. Ansonsten eine coole Bikesaison und vielleicht sehen wir uns mal am Berg oben. Am Berg oder auf der Rennstrecke.